Eine Gruppe Vermunter hat in Berlin-Kreuzberg mehrere Gebäude mit Steinen und mit Farbe gefüllten Flaschen beworfen. In der Nacht zum Mittwoch tauchten gegen 0.25 Uhr die Angreifer auf und griffen die Gebäude an. Fensterscheiben der Bundesdruckerei und eines Verlages in der alten Jakobstraße gingen dabei zu Bruch, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Fassaden wurden mit schwarzer Farbe beschmiert. Auch vor dem Gebäude geparkte Fahrzeuge wurden beschädigt. Die 10 bis 15 Unbekannten sollen nach Angaben von Zeugen anschließend in Richtung Kommandantenstraße geflüchtet sein. Die Polizei geht von einem Polizen-Motiv der Täter aus. Der Staatsschutz der Polizei ermittelt.